Willkommen zurück in meinem, äh, verrückten Dino Island, ähm, suboptimal hin platziert. Schauen wir mal rauf, ich denke gerade, was ist das? Was ist das? Ich stehe hier so schön mit meiner Schmiede, denke mir, irgendwas stimmt hier nicht. Hier geht der Auspuff raus. Ist vielleicht ein bisschen blöd, ja? Ja, egal, wie es ist, obwohl, wir könnten auch, so, Moment, wir könnten ja auch hier eine Lücke reinmachen. Da muss man hier halt ein bisschen vorsichtig laufen. Was mich ein bisschen ärgert ist, ach, jetzt, muss ich mich ja nicht verarschen, jetzt kann ich es ja doch... Electric Cable Straight, ja. Dass es wenigstens wegkommt, ey. Jetzt reagiert es, vorhin hat es nicht reagiert. Ach. Ist jetzt vielleicht auch das Problem gelöst? Hatte das vielleicht irgendwelche Sorgen? Okay. Ähm, gut. Kann ich das jetzt an den blöden Generator anschließen oder nicht? Hupala. Hm, naja, das ist okay später. Ich muss es ein bisschen looten gehen. Ich brauche noch viel, viel mehr Leder. Ich muss nicht irgendwelche Tiere klatschen, das ist ja kein großer Stress. Und ich brauche auch Obsidian, einiges. So, ansonsten hier, was muss rein? Ja, Holz habe ich schon reingeballert. Eigentlich kann ich schon wieder einschalten, muss ich produzieren, danke schön. Ja, passt schon. Hier wird Öl hergestellt, also Treibstoffsprit. Passt schon. Und auch viel, das sind das hier. Wow, geil. Und hier wird eben Fleisch gebraten. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ich habe mir noch nicht die Templates rein oder habe noch nicht geguckt, wo. Das war mir nämlich nicht so ganz klar, wo die reinkommen. Das müssen wir nachher noch machen. Aber heute ist das, glaube ich, eh noch nicht unbedingt fällig. Oh, die hat da noch die Striche drauf. Von diesem Himmel ist blau. Habe ich unordentlich gelöscht, ja. Alter, die hat ja immer noch... Ja, leg mich am Arsch. Die hat ja immer noch Kristall dabei. Ich habe so viel Schrott mit. Wow. Wie lange hält so ein Fleisch bei dir? Naja, insgesamt wahrscheinlich über 10 Minuten. Jetzt sind es noch 7. Krass. Ja, wie gesagt, heute ist erst mal nur, wie ich schon gesagt habe, dann aufbau dieser ganzen Produktionsanlagen, die ich jetzt brauche. Was ist da? Was den Scheiß. Ansonsten einfach farmen wie Bekloppt. Wer weiß da was, dann muss man das halt so. Finde ich jetzt nicht schlimm. Mein Gott, es kommt ja hier eh nur Dampf raus. Es ist halt blöd. Im Endeffekt, es ist zu heiß. Dann wahrscheinlich, man könnte sagen, es wird ja heiß hier drin. Ja gut, äh, ist es sowieso. Was soll's. Ah ja, ich weiß nicht, was ich machen wollte. Ich wollte hier unten ein bisschen Leder reinmachen. Und ein bisschen Dünger, ein bisschen, äh, Kot, so rum. Weil dann kriege ich nämlich Öl. Rohöl und ich glaube gleichzeitig sogar Dünger, beides. Genau, fünfmal Oil und Fertilizer. Ja. So, wie viel Wasser ist eigentlich noch drin? Ja, geht noch. Also hole ich mir ein bisschen vergammeltes Fleisch, davon habe ich sowieso genug. Kot habe ich auch genug. Finde ich, kriege ich hin. Was hast du hier? Du hast hier ohne Ende Eier gelegt. Das ist auch schön. Ja, Kaki ist sowieso gut da drin. Die braunen Eier zu legen, deswegen heißt das so. Na? Und dann passt es schon. Du hast mir deine weißen Eier und gib mir die braunen, nämlich auch nicht. Ich bin ja kein Eierrassist. Ich habe sogar öfter braune Eier. Allerdings rede ich jetzt von wirklichen braunen Eiern und nicht von den braunen hier, die, äh, die nicht so lecker sind. Rudolf, du weißt noch so hin, hier. Ich darf deine Kaka geben. So, Gammelfleisch. Wer hat ein Gammelfleisch? Hast du Gammelfleisch dabei? Genug davon. Ach du Scheiße. Okay, gib mir das. Hält natürlich jetzt nicht lange. Weil, äh, nur bei dem Inventar hält es lange. Aber, was soll's. Ich hoffe irgendwann hat noch Leder für den Rat auffällt. Das habe ich natürlich jetzt nicht dabei. Glaube ich. Also jetzt würde ich hier Kacke reinmachen. Braucht dazu aber eben Leder. Ach, hier ist Leder. Und Fleisch und dann passt es. So, und los geht's. Cool. Der macht eben wahrscheinlich aus fünf Fleisch, wahrscheinlich, oder? Nee, ein Fleisch, fünf Leder und ein Kot. Macht ja fünfmal Öl und einen Dünger. Nicht schlecht. Also brauche ich im Prinzip die Structus-Plus-Dünger-Produktion überhaupt nicht mehr. Na ja, ach. Kann man ja auch mit aufheben. Vergammeln die eigentlich da drin schnell? Nee, hält da drin auch länger. Aha. Und der Kot auch. Sogar noch länger als ein Dino. Wenn der Kot sagt, das ist kaputt mit Fleisch, meine ich. Aha. Aha. Cool. Also rein damit. So. Ich gehe ein bisschen farmen. Bis dann. Sag mal, wieso bin ich ja nicht so schwer beladen? Was habe ich dabei schon wieder? Ach, das Thema hat man schon, ne? Was wiegt nicht hier so viel? Was war ich vermisst dabei? Ach so. Ja. Na ja. Er hat halt einen großen Nachteil erhört, ne? Nicht zu knapp. Pech. Teil rein. Die Steine, warum nicht? So. Das geht aber genau auf mit 5000. Dünger haben wir genug. Wir könnten also mal sogar anfangen, ein neues Gewächshaus zu bauen. Vor allem von oben hört man ja ganz gewaltig. Ich bin halt hierher geflogen. Ich habe sofort gehört, da unten läuft den Generator. Das ist halt das Problem mit dem S Plus. Den hört man nicht. Na. Naja. Also jetzt. Wir sind hier in dieser Gärbe-Reise wieder fertig. Ja, 72. Mach weiter. So, Dusch rein und rum. Du hast einiges Zeug für mich, was ich brauche. Also die Pilze, und die Pilz-Tritzen. Deine ganzen Rezepte, ich habe bis mal angefangen, hier oben zu sortieren. Gibt es mir auch mal. Das Obsidian gibt es mir auch mal. Ich habe mich schon mal angefangen, so ein bisschen, ja, einen Rezept-Tisch oder sowas zu machen. Ja, also einen Rezept-Schrank und dann ansonsten habe ich einen Schrank jetzt komplett mit, ähm, ein Bücherregal für die Blaupausen. Aber das ist noch falsch, weil ich muss das noch umsortieren nach Qualität oder nach Gegenständen. Vielleicht nach beide muss ich noch schauen. Weil eigentlich gehen in das Bücherregal genug rein. Da gehen 600 Gegenstände rein. 600 Blaupausen. Aber es gehen auch nur Blaupausen rein. Tja, wie du kannst nichts anderes rein. aber MZM, MZM, ich würde es gerne ein bisschen zu hier. Ja, mal schauen, was das für ein Schwachsinn wird. So, erstmal einschalten hier. So, wie viel dürftest du davon machen? Du brauchst Obsidian 10 dafür, also für 100 brauchst du 1000. Ist das richtig? Fantastisch. Da gehen ja nicht mehr als 100. Na, egal. Geil. So, du brauchst hier davon eigentlich gar nichts machen. Das können wir in dem dann machen, wenn es sein soll. Können wir eigentlich gleich machen. Achso, können wir nicht. Vergiss es. Ich kann wieder abschalten. Ich brauche da noch mehr Holz. Können wir gleich wieder vergessen. So. Ja, egal. Hier ist heiß. Kristall. Gehen wir gleich mal ein bisschen mit. Oh, nachsatz. Gehen wir ein bisschen Metall mit. So. Huch. So, wir werden es weitermachen damit mit Metall. Das Kristall würde hier reinkommen. Oder der Kristall oder wie auch immer. Egal. Rein damit. So. Ja, ja. Scheine. Wo ist mein Nasenbär? Wer war Donatello? Was denn hier schon wieder passiert? Wer hat denn jetzt schon wieder angefangen von mir? Es ist halt echt. Ihr seid nervig. Ja, genau. Donatello ist für seltene Blumen und Pilze zuständig. Das geht bei mir kaputt in über vier Taten. Ganz cool. So, das ganze Zeug kann ich mitnehmen, weil dafür habe ich jetzt einen eigenen Schrank. Tierloot oder so habe ich das genannt. Wobei ich das Wallerino Horn, das habe ich ja sowieso. Megalania gibt. Was das sagt? Das Titaneboer. Das Wallerino Horn habe ich ja gefunden. Das habe ich ja gar keinen rechten Aussagen kaputt gemacht. Hey. Schön, dass du gekackt hast. Gib mir das mal. Also, das Ei auch. Nicht nur deine Kacka. Aber deine Kacka können wir auch alle geben. So. Ach, Mensch. Sieht ein bisschen bescheuert aus. Wieso halte ich nicht unbedingt am Arsch fest, das Viech. Oh Mann. Schmeiß weg. Ja gut, Kodo kann nichts außer braune Eier legen. Das wird nichts. Na, ich würde sagen, wir sehen uns. Naja, aber wenn ich euch jetzt wieder ranpfeife, nützt es ja auch nur bis zum nächsten Angriff. Naja. Hauptsache, ihr geht nicht zu weit weg. Das ist das Wichtigste. Wenn ihr irgendwo da drüben hingeht, dann wird es dann schon kritisch. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich die Welt noch ein bisschen weiter ausgebaut habe. Hier habe ich jetzt gerade noch ein bisschen nachgefüllt. Wasser, bevor ich hoch bin. Loot. Jetzt ist echt schon mal richtig genug Dampf drin. Das ist richtig geil. Also, Dünger produziert der nicht. Das sehe ich nicht. Ich habe jetzt extra noch mal ein bisschen Stroh sogar rein. Vielleicht habe ich gedacht, vielleicht braucht der Stroh auch. Aber da wird kein Dünger produziert. Also, das stimmt schon mal nicht. Weil da steht ja Fertilizer. Das stimmt nicht. Da kraft nur Öl, kein Fertilizer. Das ist ja vielleicht früher ein Baubland drin. Den haben sie rausgenommen. Anscheinend. Naja gut. Öl aus Scheiße zu gewinnen, bin ich auch mit einverstanden. Also, so ist es ja nicht. Ich wollte nicht mehr looten gehen. Umso besser. So. Und dann habe ich jetzt hier meine Blaupausen. Die sind auch unsortiert. Ich habe schon mal angefangen. Selbst in den Würden reingehen. Ist halt alles jetzt totales Chaos. Jetzt möchte ich ganz bisschen aussortieren. Und dann habe ich hier eben Tierloot hier was rein. Da können jetzt die ganzen Sachen rein, die von Tieren sind. Alpharaptoren. Ich habe jetzt schon drei Alpharaptoren. Minimum fertig. Naja, das waren wir ja. Das ist alles noch daheim, das ganze Zeug. Genauso wie ich, glaube ich, mehr als vier Megalodon-Zahn-Zähne habe. Aber naja. Egal. So, und das Zeug genauso. Hier drüben habe ich mit dem Schrank gemacht. Rezepte. Also, das ist für Kochrezepte und so. Da kommt der Blödsinn rein. Ach, das habe ich sogar schon zweimal. Toll. Kann ich da wegschmeißen vielleicht auch. Bis dann. Ah, ich wollte Holz holen. Genau. Außerdem, nein. Ich wollte gerade losfliegen, weil ich da hinten einen gelben Erdraum sehe. Mein Gott. Hirn. Junge, Hirn. Ja, das sieht bloß grün aus. Vorhin gerade eben sah der gelb aus irgendwie. Hä? Ich glaube, ich habe Halluzinationen. Das sah echt gelb aus. Vielleicht in der aufgehenden Sonne. Das kann das Problem sein. Ich hoffe, der Idiot macht mir gerade nicht meine Base. Seid echt kaputt. Ich will nämlich hier mit mir und meinen Leuten spielen, der Idiot. Penner. Ich denke gerade, was schmeißt mich da drinnen rum? Das Trampel, das schüttert der Boden. Ich denke, Arschloch, Diplotopus. Ja, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Wir können ja... Ich gucke mal, was der mag. Vielleicht zähme ich, ne? Dann hört er auf, bei mir rumzublödeln. Bis gleich. So, und wenn wir ganz Vanilla spielen würden und hätten überhaupt keine andere Möglichkeit, dann wäre dieser Diplotopus das erste Fähig, wo wir Lystrosaurier-Eier brauchen. Also dieses kleine Hedgefee, was ich da habe. Was dafür sorgt, dass meine Diener schneller leveln. Ich gucke jetzt mal, ob ich das daheim drin habe, in der Kibble-Wending-Machine. Und wenn ja, dann mache ich es da mit. Und wenn nein, tja, muss ich entweder schnell cheaten, oder schauen wir mal. Eigentlich hoffe ich ja, dass das schon da drin ist. Ich glaube aber, das ist auch da drin. Der hat das gar nicht lange noch abgedeckt. Also die neuesten Dinos, die sind... Oh, die sind nicht mehr drin. Alter. Die neuesten... Aber ich glaube, der ist schon drin. Oh, hier oben ist schon ziemlich leer. Na klar habe ich alles mit rübergenommen. Das Haus wird auch nie fertiggestellt. Wurde nie fertiggestellt. Ich hoffe, dass ich die Base bei mir jetzt mal richtig fertiggestellt kriege. Ich habe letztes Mal bisher nicht geschafft, den letzten Durchlauf. So, jetzt gucken wir mal schnell. Lustro, Dimetrodon, Galli, Terror, Ankylo, Agentavis, Titanobor, Cano, Dilo, Dimorphodon, Dodo, Kairoku, Pachi, Para, Terranodon, Quetzal, Raptor, Terranodon, Sarco, ist für ein Stego, Bronto, Pulmonoscorpus, das ist, glaube ich, für ein T-Rex, Araneo, die Spinne, Spino, Stego, das war ja für ein Agentavis, Traic, Carbonemis, die Schildkröte ist für ein Bronto, Alu, das war ja das, Alu war ja das, was der Ding haben wollte, der, ähm, oh, ich mache auch noch einen Hummel, Tapacera, Morrelatops, also wenn die Dinger drin sind, muss doch ein Lystro drin sein, Compi, Diplo, Jugbuck, wo ist denn der Lystro? Lystro. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, sollte eigentlich reißen. so, dauert im Normalfall-Fallspiel drin, ähm, bis zu 40 Minuten, ich habe da nur 136, also ich habe jetzt 40 Minuten, wahrscheinlich ein bisschen länger sogar, gut, ich habe aber Taming mal, drückend mal sechs, also, nicht mal zehn Minuten, fast, scharf mal wunderbar in dem Video, so, das ist dann auf die Tasse Null gelegt, wenn wir nicht den Passiv-Zähmeln will, also, ne, was heißt passiv, ähm, verletzungsfrei-Zähmeln, wie heißt denn die Zähmeln? das heißt schon so ähnlich, passiv-Zähmeln, das heißt aber nicht passiv, deshalb, wie heißt denn das, bin ich jetzt bescheuert? Also, ihr wisst, was ich meine, ohne ihn zu betäuben. So, ich hoffe, der kontrolliert jetzt noch bei meiner Base da rum. Wie gesagt, das tut ja keinem was, auch meinen Dinos nicht. Und normalerweise dürft ihr das auch nicht aggressiv machen, hoffe ich doch schwer. Das einzige Problem ist halt, dass eventuell irgendwo sonst wo hingebatcht werden. Das ist ein bisschen nervig da dran. Ja, hol ich mir den. Dann nervt er nicht mehr. Es wird echt Zeit, meine Base einzuzäunen. Überall was hinzustellen, alles voll Gebäude zu patschen, weil dann hört die Spawnerei bei mir auf. Im Moment ist einfach wahrscheinlich noch zu wenig Gebäude da, dass dann spawnen wir immer noch weiter. Weil normalerweise, wenn genug Gebäude da sind, spawnen keine fremden Dinos, keine wilden Zonen. Eigene Dinos spawnen ja nicht. Die werden schon dann geboren, oder, also wenn es jetzt Säugetiere sind, da sind es auch kein Dinos-Bugmann. Oder sie lösen Eier, und noch nicht kann sie hochzüchten. Jetzt ist da wieder ein Lilane, und dann gucken wir ihn noch schnell an. Da ist ein Gelber da hinten, naja gut, der ist mir völlig egal. Oder? Neh, ich bin mit. Hm, ich weiß nicht, bis ich da bin. Nee, was? Ich mach mal irgendwann noch meine Loot-Tour, weil der Lilane ist gerade bei meiner Base, der bietet sich echt an. Hoppala! Och ja, warum denn nicht? Die Blutdokuss? Stego, aber marode, vergiss es. Der Bauplan ist ganz gut. Der Helm ist, naja, muss gut sein. Die Hose, vergiss es. Lass alles fallen, dann wird gleich was Neues spawnen. So, woran der leert jetzt rum? Da. Okay. Spielst mit meinem Blutty, ne? Kleines Arschloch. Oder spielst mit meiner Daisy. Na, gibst du da Ruhe? Du bist echt unmöglich, weißt du das? Ich mein, du bist ja witzig. Ja, du spielst mit einem Blumen rum. Buff, hau damit weg. Ein Diod, ey. Warte, bis es wieder rum ist, ja, ja. Mensch, nerv mich nicht. Diplo, bitte. Halt noch ein bisschen durch. Wie weit bist du mit dem Zähmen? Sieht man das irgendwo? Ah ja. Zwei maximal noch, damit ich dann. Ja, spiel ein bisschen mit mir. Hier ist ja keine Klippe, wo ich runterfahre. Alter. Wo ich runterfallen kann oder zu scherze, oder? Weil das würde dann trotzdem wehtun. Wenn der einen zu, zu, von zu hoher Höhe runterstößt, ist natürlich trotzdem Feierabend. Hey, jetzt lass doch mal meine Dinos in Ruhe. Wo bin ich dran, ey. Kannst du mal mal anders Ball spielen? Bist schon ziemlich nervig, das weiß ich nicht, ne? Sauropodentrampeltier, ey. Mein Kumpel ist auch noch fällig, Bronto, aber da geht nur... Jetzt hast du mich irgendwo hingepackt, wo du mich nicht mehr wegkriegst, ey. Ach, dasselbe ist hier passiert. Oh, Kodo, du hast Kodo total weggeballert, Mann. Was soll denn der Unsinn? Ist noch nicht wieder hungrig, schau. Sag mal, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein nerviges Stück Scheiße bist? Oh, du hast immer noch keinen Hunger, Junge. Du bist einfach zu hochlevelig, ne? Ja, ja. Also, wenn du nicht Ball spielen kannst, dann bist du nicht glücklich, ne? Mann, Mann, Mann. Mann, 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 ey. Wie kann man denn so hartnäckig sein? Ey, da ist ein Berg, du kriegst mich nicht weggestoßen. Versuch's halt nicht erst gar nicht. Immer noch keinen Hunger. Schade. Was ist jetzt los? Oh, Daisy, hast du auch darauf geboxt. Du kleiner Idiot, ey. Du bist voll der Horst, weißt du das? Wir boxten jetzt wieder. Ach so, hm. Jetzt ist hm wieder mal dran. Jetzt kriegst du nicht mehr weg, oder was? Der ist einfach zu schwer, ne? Schade, schade. Ich bin dann gespannt, was du schleppen kannst, die Vogel der Nacht. Ey, lass ja, meine kleinen... Alter. Sag mal. Hey. Lass die kleinen Dodos, du. Die können nichts dazu. Okay. Was jetzt? Ach, das hast du mal gefressen, oder was? Du hast immer noch keinen Hunger. Mein Gott, du gehst mir am Sack. Das 67 Level ist nicht so viel. Trotzdem 100% selben Vorteil. Och, Junge. Ja, das Problem wird sein. Der ist wahrscheinlich so massiv. Ich denke, die ganzen Sauropoden darf man einfach nicht so hochleveln, deswegen wahrscheinlich. Weil das ein... Ach, nee. Machen wir einfach mal das Ding kaputt, hä? Was trampelt denn da? Ach, ne Schildkröte. Na, alles klar. Genau, spiel doch mit der Schildkröte, Mann. Ich finde, das ist ja auch witzig. Oh, immer noch nicht ruhig. Ich denke, wir sehen uns wieder, wenn der, glaube ich, mein ist, oder wenn er kurz davor steht. Na, weil das nervt ja, ey. Ja, hüh, hüh, hüh. Gibt's was Bekloppteres als dich? Ich hab jetzt gerade nochmal nachgeguckt, was damit gemeint ist. Mit dem, oh, oh, was ist da hinten los? Oh, so ein frumisches, ja. Ähm, mit dem Sam-Intervall, ich glaube, ist ja nicht Minuten gemeint, sondern es sind tatsächlich alter. Aber jetzt, Saarropoten sind halt die, die am längsten dauern. Und ich denke, es sind doch Stunden gemeint. Ich glaube, ich weiß, was ich für den Rest des heutigen Abends mache. Es ist ja eigentlich schon mitten in der Nacht, aber, naja, ich werde wohl hier noch ein, zwei Stunden beschäftigt sein. Mit dem Knallkopf. Oh, oh. Das tut ja auch krass, ich bin mir nicht so sicher, ob der wirklich friedlich ist. Wenn der, wenn man da so an dem zu nahe rum bald ober, dann ist er da kein Freund von einem, ja, was ist denn jetzt? Schon mal wieder. Könnte noch ein bisschen dauern. Ist ja bloß gut, dass ich mir total egal ist, weil ich sowieso, boah, viel zu viel vorproduziert habe im Moment. Alter. Jetzt, lass mich doch mal sehen, ob du Hunger hast. Nee, hast du ja nicht. Ah, verdammt. Ja, und jetzt? Jetzt gucken wir uns ein bisschen blöd an, ne? Cool. Sehr cool. Ah. Bis später. Könnte sich noch ein bisschen hinziehen hier. Ich werde halt mal wieder hungrig, mein Gott. Ja, das Problem ist, jetzt ist mir auch klar, warum, ich bin ja ein Idiot. Das hätte ich wahrscheinlich schneller schaffen können, wenn ich ihn betäubt hätte. Oder sie, besser gesagt, ein Weibchen. Weil, dann würde ich sie runterhungern lassen. So muss ich jetzt echt warten, bis der wieder Hunger hat. Sie. Problem an der Geschichte ist nämlich folgendes. So. Was ist denn jetzt noch? Oh, gehen wir nicht auf den Sack, ihr Kombis. Allerdings, wenn wir jetzt den Diplo angreifen, kriegen wir auch Diskussionen. Das sage ich dir gleich. Oh oh, ich will nicht dich schlagen, das ist das Problem, aber ich will auf jeden Fall. Hä? Ich will auf jeden Fall die Sachen hier haben. Wo sind denn jetzt die zwei? Leicht. Und so ein Scheiß, muss ich natürlich echt aufpassen. Vorhin hat sie heute auch fast angegriffen. Sie. Entschuldigung. Ja, der ist ja auch ihr. Das sage ich mal eher. Das ist natürlich ein Weibchen. Deswegen natürlich doppelt interessant. Ja, ja. Ne? Eine etwas abgeschwächteren vernünftigeren Durchlauf werde ich dann mal auf Ragnarök machen, glaube ich. Und da werden wir uns dann auch mal mit Breeding beschäftigen. Hier noch nicht unbedingt. Und dabei ist heute sogar, glaube ich, noch erhöhtes Taming, weil Valentins Event ist. Jetzt kriegst du doch mal wieder was. Mein Gott. Huch. Ey, mach keinen Blödsinn, ne? Du guckst, ist ein bisschen grimmig, weißt du das? Oh, oh. Da vorne war auch immer so ein kleiner Achis. Und nicht der Gigantopithecus, sondern der Mesopithecus. Oh, Mensch. Junge, nerv nicht. Halt immer, nein. Ja, ich muss da wohl noch mal kurz unterbrechen, weil das ist sonst echt zu lange. Das ist ja grausam. So ein Diplo. Ich wollte mir noch ein paar Kartoffeln machen. Ich glaube, die mache ich mal erst, bevor wir den fertig machen. Das ist ja furchtbar, ey. Hm? Ah, da ist ein Igam Nod. Und ist das der 192er noch oder was war? Nö. 32er, das war der unfassbar. Ne? So. Ja, das ging ja doch schneller. Ich weiß nicht, warum das dann erst, äh, danach, ähm, na, zwischen ersten und zweiten Mal für dann so lang gedauert hat, da ist irgendwas schiefgelaufen. Aber jetzt ging es ganz schön schnell. Okay. Ja, wen ernähre ich dich denn? Du spielst ja gerne Ball, oder? So. Dann bist du jetzt, Steffi. Ich spielst, komm mit. Nerviges Viech. Bloß Level 203, naja gut, aber mal schauen. Boah, Alter. Ja, wo du hin, Haus wächst kein Graf mehr, oder? So, Steffi, bleib stehen. Und jetzt? Verhalten. Was? Ich öffne mich jetzt hier an. Ach so. Hä? Da bist du? Ach, das ist Iguanodon. Oh, Viech. Warum müssten ihr euch immer bei mir in der Basis rumpacken? Muss das sein? Also, ich denke aber, wir werden es hier auch gut sein lassen. Das ist also das, was wir heute geschafft haben. Wir haben einen Iguanodon. Neutral. So, jetzt. Gucken wir mal. Ja, du hast sowieso schon 16.000 Leben. Das ist doch cool, wenn ich dir jetzt schon eine verpasse. Oh, 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 oh. Okay, aber du brauchst jetzt definitiv was zu fressen. Unbedingt. Na, natürlich. Ein Buff auf Nahrung gekriegt. Guckt euch das an. Es ist pervers. Aha, Nahkampfschaden darf ich zum Beispiel beim Diplodocus nicht verbessern. Aha. Das ist ja blöd. Geschwindigkeit, Gewicht gibt ganz gut was dazu. Jawohl. Ja, warum kann ich denn Nahkampfschaden nicht verbessern? So ein Blödsinn. Naja. Okay, was soll das? Du siehst wahrscheinlich, jetzt wäre es beschädigt aus. Ich schnapp mir jetzt mal schnell mein Platty. Wo ist denn der? Wo hast denn den hingeballert? Du bist fürchterlich nervig, weißt du das? Du hast eine Platty hingeballert. Da ist ein Kacki. Das sind jetzt zwei kleinen Mistviecher. Wo ist die Platty? Ach, da hinten. Sag mal, du spielst gern, ne? Mann, 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 Mann. Also, wir haben einen Diplodocus. Einen ersten Sauropoden. Ist aber noch kein Kampf. Oh, ganz nekisch. Brauchen, naja, es sind halt Lastesel. Wobei die Lastesel echt schon genug haben. Oha, jetzt habe ich echt den Baum gefällt. Ui, hey. Ist vielleicht ein bisschen viel Gewicht. Sorry, sorry, sorry. Das ist immerhin passiert. Wir haben ansonsten den Generator. Der läuft jetzt vollkommen. Ich könnte dann mal anfangen, Stromkabel zu ziehen. Vor allem bis rauf ins dritte Obergeschoss, in mein Labor. Ne, das zweite Obergeschoss, ins dritte Stockwerk. So rum. Da wird dann das Labor und Küche. Brauche ich auf jeden Fall auch Strom. Ja, wie eine Herde und, 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 und. Ich meine, chemische Scherze dann. Ein bisschen wützig. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part dann dann den Färb. Vor allem der Luftwaffe eben. Ich habe dann zu sehen, ach so, ich habe mich vorhin getäuscht. Ich habe nichts für einen, ähm, für einen Peter, sondern für einen Quetzal. Naja, toll. Nützt man natürlich viel, weil ich habe noch keinen Quetzal. Aber wenigstens mal den Agentar bis in den nächsten Part färben, ja. Machen wir dann. Gut. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Keine Lager oder Kommentar über dieses nervige Ballviech. Das ist jetzt mein. Jo, gel, da guckst. Kriegt das aus, dass man was zu fressen, damit es heilen kann. Und dann sehen wir weiter. Boah, ach, ein Level gekriegt. Ey, alter, wenn ich dem jetzt... Kann der was heilen? Er heilt sich trotzdem, obwohl er keine Nahrung drin hat. Okay, naja, egal. Hier hast du Nahrung. So, jetzt hast du fast 200.000. Oh, das ist krank. Also, bis dann. Wir sehen uns.